Was behauptet Frank Thelen? Frank Thelen hat ein Video rausgebracht mit dem Namen Crypto is Back, in dem er sehr viele komische Behauptungen aufstellt, die nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Und die Punkte werden immer länger. Eine Besonderheit war diese hier. Es gibt dann das sogenannte Bitcoin Halving, was jetzt bald auch wieder ansteht, wo man dann nur noch die Hälfte der Bitcoins bekommt, weil die Rechenkapazität mehr wird. Ein wirklich ausgeklügeltes Konzept. Er sagt hier, dass Bitcoin Halving passiert, weil die Rechenleistung steigt. Das ist in diesem Falle falsch. Das Halving ist festgeschrieben im Bitcoin-Protokoll und passiert einfach, egal ob die Rechenleistung hoch oder niedrig ist.